Musik Frauenpolitik darf nicht baden gehen. Unter diesem Motto starteten die SPÖ-Frauen im Bezirk Mattersburg ihre Bäder-Tour 2017. Angeführt von der Bezirksfrauenvorsitzenden Bundesrätin Bürgermeisterin Inge Bosch-Truska begann die Tour im Leupersbacher Bad. Ziel ist es, mit den Frauen rasch und unkompliziert ins Gespräch zu kommen und frauenpolitische Themen und persönliche Anliegen besprechen zu können. Diese Gespräche sind unverzichtbar und sehr wertvoll für uns, da sie volle Berücksichtigung in unserer frauenpolitischen Arbeit finden. So Inge Bosch-Truska im Rahmen der Gespräche. Vielen Dank.